Herzlich Willkommen zu einer Behandlung hier bei MAC Aesthetics und zwar dreht sich heute alles um die Stirnpartie und diese wird heute mit Botox unterspritzt. Hier sehen wir schon einmal, dass der Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie punktuell Botox unterspritzt in der Stirn, damit diese keine Falten mehr schlägt. Das kann zu einer strengeren Gesichtsmimik führen und das möchte unsere Patientin nicht. Daher hat sie sich für die Botox-Therapie bei MAC Aesthetics entschieden. Diese Behandlung ist schmerzfrei, unsere Patientin spürt davon nichts und nach 10 Tagen sehen wir sie dann zu einer Nachuntersuchung wieder und können uns zufrieden verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020